Hallo liebe Leute und willkommen bei MemeProved. Heute werde ich auf die E-Mail des Mikrofonspenders dann eben reagieren. Ich habe eben gesagt, du hast mir ein Mikro geschenkt, dafür gebe ich dir im Grunde ein Thema. Also, hey Sascha, es geht um die Rastlosigkeit, die mich inzwischen schon plagt, könnte man sagen. Bin gerade dabei, mich zu entscheiden, wann ich den aktuellen Job, in dem ich als Fach- und Führungskraft angesehen bin, hinzuschmeißen und mir was Neues suche. Dort bin ich nun seit zwei Jahren, was für mich schon eine lange Zeit ist. Normalerweise wechsle ich jedes Jahr den Arbeitsplatz. Das Ganze beschränkt sich aber nicht nur auf die Arbeit, ich ziehe hier ständig um aktuellen zweijährigen Rhythmus. Oder das Mikro, welches ich dir geschickt habe, das habe ich mal für mich gekauft, weil ich selbst auf YouTube präsent sein wollte. Nachdem ich dann den Videoschnitt einigermaßen beherrschte, Interesse verloren, muss was Neues lernen. Dazu kommen Lehrgänge, ob mit oder ohne Abschluss, spielt schon fast keine Rolle mehr, denn danach will ich doch immer etwas anderes sehen. Doch noch etwas anderes sehen. Kann die ganze Show aber auch bei anderen beobachten, zumindest bei denen, die nicht ständig in ihr Smartphone starten. Mit dieser Sprunghaftigkeit kommt man natürlich nicht wirklich voran. Also, vielen Dank nochmal als Mikro. Das ist im Grunde sowohl eine schwere als auch eine leichte Frage und ich möchte einmal von innen nach außen gehen. Also, es geht ja natürlich um, ich sag mal, Rastlosigkeit. Rastlosigkeit ist ein guter Begriff. Ich wollte gerade Ruhelosigkeit sagen. Also, ich fange mal von innen nach außen an. Wie sieht das im Gehirn aus oder kann das im Gehirn aussehen, wenn wir Ruhe und rastlos sind? Es fängt mit dem Aufmerksamkeitssystem an. Das Aufmerksamkeitssystem hat im Grunde zwei Aspekte, wie dann eben Aufmerksamkeit generiert wird. Also, es gibt halt drei Subsysteme, dann auf Ebene des Gehirns. Also, so unterteilt man das aktuell und klassischerweise. Aber ich möchte hier nur von Wachsamkeit und Konzentration sprechen, um das eben etwas einfacher zu gestalten. Wachsamkeit ist in dem Sinne der Grundstoff, aus dem Aufmerksamkeit dann eben besteht. Das heißt, je wachsamer wir sind, desto mehr potenzielle Aufmerksamkeit können wir haben. Und das geht eben aber auch bis zu einem gewissen Punkt. Denn wenn wir nicht in der Lage sind, diese Energie umzusetzen, also wenn wir mehr Wachsamkeit haben, als wir, als unsere Konzentrationsfähigkeit dann eben zulässt zur Verarbeitung, dann werden wir gewissermaßen von unserer Wachsamkeit überwältigt. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir uns extrem fürchten. Also, Furcht bedeutet dann eben, dass wir sehr viel mehr Wachsamkeit haben als Konzentrationsfähigkeit und deswegen können wir uns eben nicht mehr auf eine einzelne Sache konzentrieren. Deshalb ist es auch so unheimlich schwer oder es ist schwerer, sich unter Druck zu konzentrieren. Aber es gibt auch verschiedene Typen. Es gibt dann eben auch Leute, die den Eindruck haben, dass sie unter Druck sich besser konzentrieren können. Das hat zum Beispiel etwas mit dem Verhältnis zwischen Konzentrationsfähigkeit und Wachsamkeit und solchen Sachen dann eben zu tun. Wenn wir aber in bestimmten Zuständen sind, haben wir natürlich begleitende Gefühle dabei. Und wenn wir eben in einem Zustand sind, in dem wir mehr Aufmerksamkeit haben als Konzentration, dann sind wir in einer Art Explorativmodus. Das heißt, wir scannen. Das heißt, wir bleiben mit unserem Blick nicht lange an einem Punkt, bleiben nicht lange auf einem Objekt, also ruhen nicht mit unserem Blick, sondern sind ruhelos oder rastlos mit unserem Blick, mit unserem Denken, mit unseren Gefühlen. Und das fühlt sich gewöhnlich eher schlecht an. Denn das ist das Reich des Chaos, wie Jordan Peterson sagen würde. Also in dem Falle, also im Reich des Chaos macht es eben auch meistens sehr viel mehr Sinn, quasi explorativ zu agieren. Denn alles ist so im Wandel, so im Fluss, so unvorhersehbar, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass der Objektfokus, der Aufmerksamkeitsfokus, den wir jetzt haben, auch im nächsten Augenblick noch Sinn macht. Und aufgrund dieser Sinnlosigkeit an einer Sache festzuhalten, ist eben explorativ oder ist einfach entdecken, herumgucken und so weiter eben eigentlich das Sinnvolle. Und hier sehen wir eine unmittelbare Parallele, also zu dem, was der Levy Herr hier eben auch geschrieben hat. Eben, ich suche laufend etwas Neues. Also ich kann mich zeitweise auf eine Sache konzentrieren, aber wenn das abgeschlossen ist oder ich den Eindruck habe, dass es abgeschlossen ist, teilweise auch ohne Abschluss, brauche ich irgendwas Neues. Also im Grunde, es geht viel mehr um das Anfangen als um das Eigentliche Tun. Warum? Meiner Meinung nach ist das ein modernes Phänomen. Also diese moderne Ruhelosigkeit, sie geht mit dem modernen Unbehagen einher. Das moderne Unbehagen ist ein Grundgefühl, das uns jetzt mit der Moderne mehr und mehr begleitet. Sehr viel mehr bei Leuten, die in der Stadt wohnen. Deswegen ist es übrigens auch eine schlechte Idee, also aus Gründen der psychischen Gesundheit oder Gesundheit in eine Stadt zu ziehen oder ins Stadtzentrum zu ziehen. Deswegen ist mir auch immer, mir ist es nicht schleierhaft, aber deswegen finde ich es schade, sagen wir einfach mal so, dass so viele Leute unbedingt in größere Städte ziehen wollen, das total toll finden. Das sind ja meistens auch Leute in den Zwanzigern, die versauen sich da meiner Meinung nach größtenteils einfach das Leben. Machen auf mich auch einen sehr unglücklichen, unzufriedenen Eindruck, auch einen sehr ruhelosen Eindruck. Das Grundproblem des modernen Unbehagens ist zweierlei. Das moderne Unbehagen ist eine Reaktion auf eine gefühlte, ob jetzt bewusst oder nicht bewusst, Sinnlosigkeit. Sinnlosigkeit hat zwei Komponenten, also zwei subjektive Komponenten des Gefühls. Die erste ist Depression. Man hat weniger, wie soll man sagen, Drive. Also Depression ist irgendwie klar und das Problem, also wie sich das anfühlt, ist erstmal ein bisschen klar. Aber das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass wir kulturell anscheinend Depression als das Gegenteil von Glück dann eben sehen. Und weil wir in der Moderne aber davon ausgehen, dass Glück durch konsumatorische Reize, also durch Konsum in dem, sag ich mal, im weitesten Sinne dann eben entsteht, glauben wir dann eben, dass wir unsere Depression mit weiterem Konsum oder einem depressiven Gefühl durch Konsum Einheit gebieten können. Und dabei geht es nicht unbedingt nur ums Essen, also das ist auch der Fall, sondern es kann auch einfach ums Erleben gehen. Denn wir fahren zum Beispiel in den Urlaub und konsumieren in dem Sinne die Erfahrung. Das ist ja nicht so, dass die Erfahrung dann irgendwie dauerhaft bleibt. Also wir fahren zum Beispiel in eine chinesische Riesenhöhle. Also ich erwähne das, weil das so eine Sache wäre, zum Beispiel, die mich, sag mal, in die Ferne, ja, nicht ziehen könnte. Sie zieht mich in die Ferne, schafft es aber nicht, mich hier weg, also wirklich zu überwinden, also meine Wurzeln hier zu lösen. Und wenn wir das eben gesehen haben, dann ist das im Grunde das Neue, was konsumiert wurde und das Neue ist dann eben abgeschlossen. Das funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht, weil diese Konzeption von, also dieses Begriffs bei Depression und Glück, falsch ist. Depression gehört zur Sinnlosigkeit. Die Kehrseite, also das ist in dem Sinne das Tune-out, wenn man so will, also das Reduzieren von allem, das Reduzieren auch von Wachsamkeit, wenn man eben Depressive, oder Depression bedeutet dann eben das Reduzieren von Wachsamkeit, das Reduzieren von Handlung, das Grundsätzliche in sich zurückziehen. Und deswegen ist eine Depression eben auch mit entsprechenden Symptomen dann eben begleitet, wie zum Beispiel Motivationslosigkeit, Sozialisolation ist auch ganz klassisch und so weiter. Aber es gibt eben auch die aktivierende Komponente. Und das ist dann, wenn man eine generale, generalisierte Angststörung hat. Auf jeden Fall, also das, was im Englischen unter Anxiety dann eben fällt. Das bedeutet, man ist in einer gleichen Situation der Sinnlosigkeit, fühlt sich aber rast- und ruhelos bis zu einem Punkt, dass es dann eben unerträglich wird, dass es dann eben in Richtung Angst geht. Und hier können wir die Parallele sehen, also zu dem Zustand, in dem sich ein Beutetier dann eben befindet. Das Beutetier befindet sich quasi konstant im Reich des Chaos. Denn das Raubtier, das kann ja überall auftauchen. Also der Trick eines Raubtieres ist es ja, nicht entdeckt zu werden. Und das heißt, das Raubtier ist im Wesentlichen die Repräsentation des Unbekannten für das Beutetier. Und eine laufende, erhöhte Wachsamkeit ist erforderlich und auch eine erhöhte Reaktionsfreudigkeit, sage ich einfach mal. Deswegen reagiert ein Hirsch auch meistens auf das kleinste Geräusch. Also wenn irgendwo ein bisschen was knackt, also wenn irgendwo ein bisschen was raschelt, dann sind die ja schnell erstmal ein paar Schritte weiter. Das macht ja auch Sinn, auf alles zu reagieren, weil alles irgendwie dann eben relevant ist. Und es macht auch Sinn, sich gerade nicht zu konzentrieren. Denn wenn man sich zu lange an einem Reiz aufhält, dann verpasst man womöglich den relevanten Hinweis auf das Raubtier und dann ist man natürlich schnell tot. Und da können wir auch sehen, dass das Gefühlsleben dann eben auch recht parallel dann eben geht. Okay, was sind die Ursachen? Wir Menschen sind ja mehr als nur Gehirne und deswegen will ich jetzt nicht einfach den Fehler machen, so sehr materialistisch dann eben zu bleiben. Denn man könnte jetzt sagen, ach naja, dann hole ich mir irgendwie Stoffe XY und die führen dann dazu, dass die Gehirnchemie in Balance ist. Das funktioniert nicht. Ein gutes Buch zu diesem Thema ist Lost Connections von Hari. Also H-A-R-I. Der eben auch ganz klar, also er ist eher Journalist, das ist keine rein wissenschaftliche Arbeit. Also die Arbeit ist aber im Ergebnis überzeugend, finde ich, dass eben Depression nicht physische Ursachen hat, weitgehend. Es gibt natürlich auch den Fall einer physiologischen Depression, aber in den meisten Fällen findet man dann aber eben diese Probleme im Leben eben wieder, zum Beispiel durch Isolation. Also das Buch heißt nicht auch umsonst Lost Connections. Es geht um einen Verlust von Verbundenheit. Und das ist ja auch in dem Sinne die Ursache oder eine Ursache für das moderne Unbehagen. Auch physiologische Anteile des modernen Unbehagens sind durch ein Problem oder durch einen Mangel an Verbundenheit auch zu verstehen. Wenn wir nämlich sagen, okay, Depressionen oder wir haben verschiedene Methoden, um auf Depressionen einzuwirken und die wären zum Beispiel, sich nach dem natürlichen Tag-Nacht-Wechsel dann eben zu halten. Also zum Beispiel kein blaues Licht abends irgendwie an sich ranzulassen. Also Blaulichtfilter zu benutzen. Zum Beispiel morgens erstmal in die frische Luft zu gehen. Zum Beispiel sich zu bewegen. Zum Beispiel sich auf gesunde Art und Weise zu essen, die näher an eine ursprüngliche unverarbeitete Nahrung daneben ist. Was heißt also, diese Maßnahmen, die bedeuten, dass wir uns verbinden mit unterschiedlichen Aspekten. Wir verbinden uns zum Beispiel wieder mit dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Oder wir verbinden uns wieder mit unserer alten und immer noch gütigen Natur als Jäger und Sammler. Das ist dann eben die physiologische Seite der Verbundenheit. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil ich so einen, ich sag mal, gefühlsbelasteten, philosophischen oder existenzialistischen Begriff der Verbundenheit auf so etwas Profanes irgendwie wie entzündete Darmzotten oder so verwende. Aber das ist in dem Sinne die Ebene, auf der wir uns jetzt befinden müssen, damit wir das Problem auch wirklich verstehen. Denn wenn wir den Fehler machen und uns nur auf diesen Materialismus dann beschränken, dann verstehen wir das Gesamtproblem nicht, weil dieses Problem des modernen Unbehagens und diese Ruhe und Rastlosigkeit, die der Markus hier dann eben beschrieben hat, ist in dem Sinne eine Seite des modernen Unbehagens. Das heißt, wir haben die beiden Komponenten, nämlich Depression und Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit bis hin zur Angststörung als Komponenten des modernen Unbehagens. Gut, was ist die Lösung? Der erste Teil der Lösung ist Demut. Demut bedeutet, dass wir nicht glauben, dass wir einfach nach Belieben einfach alles bestimmen können. Also das Gegenteil von Demut ist eben das klassische verzogene Kind, was im Grunde durch seinen Ärger und seine cholerischen Anfälle und solche Sachen eben beginnt, alles um sich herum zu kontrollieren. Oder auch der Erwachsene Choleriker. Das ist im Grunde eines der Dinge, die Choleriker, ich will nicht sagen schaffen, das stimmt nicht so ganz, aber das ist im Grunde das, wie Choleriker oft funktionieren. Also sie lassen ihrer Wut freien Lauf und die Umwelt, das soziale Umfeld versucht dann eben zu managen. Also sagt dann eben, nee, sag mal lieber das nicht, weil du weißt ja, der regt sich dann bloß auf und dann ist das wieder so ein Stress und so weiter. Und im Grunde bewegt man sich dann eben in so einem Zyklus. Und viele Leute sind, also nicht quasi sich selbst gegenüber so cholerisch, aber sehr viele Leute glauben, man könne sich einfach aussuchen, man könne sich aussuchen, was man zu tun hat. Und das ist totaler Quatsch. Ein einfaches Beispiel, oder sag mal ein kontroverses Beispiel, oder ich fange jetzt mal mit einem unkontroversen Beispiel an. Man kann nicht nach Belieben seine Ernährung einfach so auswählen. Also dann, wenn man es einfach so macht, dann kriegt man irgendwann Diabetes und dann wird einem der Fuß abgesägt. Das ist auch blöd. Also man kann sagen, okay, ich mache das bewusst und ernähre mich dann eben so und so und dann ist eben der Fuß ab. Okay, fair enough, soll man machen, wie man lustig ist. Aber man kann eben nicht sagen, also es gibt eben das Beispiel, sagen wir mal, wenn wir es in Mann und Frau unterteilen. Männer haben eher eine Beziehung zu ihren Muskeln und Frauen eher zu ihrem Fett. Und das, was Frauen oft versuchen zu erzwingen, ist durch bestimmte Ernährungsformen eben einen gewissen zu niedrigen Körperfettanteil dann irgendwie zu erzeugen mit den entsprechenden Problemen dann eben. Und häufig, oder was heißt, häufig also anteilsmäßig von den Frauen, die eben abnehmen wollen und sich dann eben an mich wenden, ist dann relativ hoch der Unglaube, dass es dann eigentlich nicht nur nicht geht, sondern dass es auch völlig bescheuerte Ziele sind. Sie glauben schon zu wissen, was richtig ist und wollen das eben durchsetzen. Und weil das Ziel, weil sie am Ziel festhalten, ist ihnen jedes Mittel recht und auch im Grunde Gewalt gegen sich, in dem Sinne wie sich selbst auszuhungern, sich selbst zu kasteilen und all solche Sachen. Bei Männern ist das Gegenbeispiel oder das Beispiel eben dazu, wenn Leute eben Steroide eben nehmen oder Dopingmittel, um eben sich als Amateur-Fitness-Sportler eben muskulär dann einfach über alle Maßen dann eben zu entwickeln. Und auch das sind eben Menschen, die akzeptieren einfach nicht, wie es dann eben ist. Denn nicht alle Männer sind dafür gemacht, im Grunde so super krass muskulös zu sein, sondern es gibt eben auch Männer, die sind von Natur aus tendenziell eher schlank. Andere sind zum Beispiel eben nicht so fettfrei, sage ich einfach mal. Sie tendieren zu einem höheren Körperfettanteil und sind dann eben so gebaut. Und natürlich kann man innerhalb seines Rahmens dann eben das Beste aus sich machen. Aber viel, also demütiger wäre in dem Falle zu sagen, okay, ich lebe auf eine 100% oder doch auf eine 100% gesunde Weise. Also ich widme mich dem wirklich voll und ganz und übergebe das Ziel dann eben der Methode. Das heißt, ich sage einfach, was passiert, passiert dann eben. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass man niemals Ziele haben darf und so. Aber es gilt dann eben, diese Ziele auf eine demütige Weise dann eben zu verfolgen. Ein etwas kontroverseres Beispiel ist dann eben der Versuch, die moderne Biografie dann eben bewusst zu gestalten. Und das kommt dann eher so aus feministischer Richtung. Und die Frauen sind meistens, also sind viel stärker die Leidtragenden im Vergleich zu den Männern, weil bei ihnen der Körper einfach eine viel, also das Ablaufdatum kommt einfach viel schneller, sage ich einfach mal, zeugungsmäßig gesprochen. Denn das heutige Modell besagt dann eben, besonders wenn man eben Karriere macht, also es betrifft nicht so sehr die Leute aus der Unterschicht oder aus der Arbeiterklasse, sondern Leute der grobenen Schicht. Das ist ein Luxusproblem. Dass eben die Frauen sich vor allen Dingen einfach nur um ihre Karriere kümmern. Und im sozialen Raum passiert eben das, was passiert. Und entsprechend investieren viele Frauen dann eben ihre 20er Jahre in ihre Karriere. Und mit 30 ist dann der Markt der geeigneten oder für sie geeigneten oder was immer auch sie als geeignet dann eben bezeichnen Männer extrem ausgedünnt. Und mit 40 quasi nicht mehr existent. Genauso arbeiten sie auch dann gegen den Körper. Denn mit 31 sind 50% der Frauen schon subfertil. Das bedeutet, sie haben eine eingeschränkte Furchtbarkeit. Mit 41 sind 50% der Frauen steril. Das bedeutet, 50% der Frauen sind dann einfach 100% nicht mehr zeugungsfähig. Also zumindest ohne medizinische Eingriffe. Also wie Hormontherapien und all solche Sachen. Und das ist eben auch, also geht es gar nicht um die individuellen Frauen. Also Frauen sind auch nur Menschen und sollen halt machen, was sie wollen. Sondern es geht um diese feministische Vorstellung. Und ich sage, in diesem Fall negativ-feministisch. Also es gibt immer eine positive und negative Seite dann eben von diesen Dingen. Da wird auch im Grunde sehr stark auf die Biologie quasi geschimpft. Dass das einfach Quatsch ist. Und das ist halt Determinismus. Und dann werden halt ganz viele Sachen eben so angegriffen. Und die Kosten tragen dann eben die indoktrinierten Frauen, die dann eben diesen Quatsch dann eben glauben. Also so, dass sie auch, also ein super Beispiel ist eine Studie, die ich neulich gelesen habe. Also basierend auf einer Umfrage. Da hat man verglichen, was Menschen, also in dem Fall Amerikaner, glauben, was in der Gesellschaft oder in ihrer Kultur anerkannt ist. Und was sie glauben, worauf es wirklich ankommt. Also was Erfolg dann eben definiert. Und an oberster Stelle waren, also an den beiden obersten Stellen waren Status und eine große Social-Media-Gefolgschaft, sage ich einfach mal. In Wirklichkeit, also für sie persönlich, war das einfach an sehr, nicht an letzter Stelle, aber an den unteren Ring. Und an wichtigster Stelle hat man eine Familie gegründet. Und solche Sachen einfach so, soziale, zwischenmenschliche Sachen waren eben wichtig. Und da sieht man diesen krassen, also diese krasse Unverbundenheit von dem, was man glaubt, was die Gesellschaft von einem fordert. Und ich benutze hier diesen Begriff bewusst. Also bewusst aus der Perspektive dieser Leute. Gesellschaft gibt es eigentlich nicht. Und dem, was sie selber eigentlich wollen. Und in dieser Trennung, also diese Trennung ist hervorgerufen durch im Grunde so eine Art ideologische Propaganda, dass man gefälligst ja auch das machen soll oder jenes machen soll und Karriere hier und irgendwas. Bei Männern ist es ja auch nicht anders. Also Männer haben im Grunde das gleiche Problem, sage ich einfach mal. Also sie legen viel zu wenig Wert auf den sozialen Bereich und darauf eben ein Leben zu führen, was ausbalanciert ist. Nur haben wir jetzt natürlich erst mal noch nicht die Ausmaße erreicht, die das auch demnächst erreichen wird. Denn so unser neues Lebensmodell, sage ich mal, das moderne Lebensmodell, in dem man halt vor allen Dingen irgendwas studiert und dann damit arbeiten kann und das auch zu so einem großen Anteil dann eben ist, ist relativ neu. Und deswegen werden auch extrem viele, also der Anteil steigt und steigt und steigt. Deswegen werden eben entsprechend extrem viele Frauen nicht in der Lage sein, eine Familie zu gründen und zwar selbst gewählt. Denn im Grunde, die Karten liegen ja offen auf dem Tisch. Also jede Frau weiß eben, dass mit 30 wird es halt irgendwie schwierig und mit 40, also anders, viele Frauen glauben, es geht halt bis 50 nur eben schwieriger. In Wirklichkeit ist, sagen wir mal, 40 so Obergrenze und dann gibt es halt ein paar Außerwählte, die das eben können, also noch Kinder kriegen. Und wer will schon mit 50 ein zehnjähriges Kind dann irgendwie haben? Also das ist eben auch so ein Ding, da denken viele Männer halt nicht dran. Also dass man eben sehr viel Energie braucht für junge Kinder und die haben die meisten Menschen schlicht und ergreiflich. Also hätten sie aber auch nicht mit 20, also vielleicht ist das auch ein blödes Argument. Das sind so einige Beispiele, die eben verdeutlichen sollen, also was eben das Problem ist, wenn man glaubt, man könne sich beliebig aussuchen, was Sinn dann eben bringt. Und als Beispiel wähle ich dann eben mich. Also jetzt würde man, also die Kritik liegt natürlich nahe, hey, du hast aber selber keine Familie und wieso machst du das nicht und so. Im Grunde geht es bei einer Familie darum, sich sein eigenes kleines Reich zu gründen und Teilhabe zu haben an der Zukunft. Denn viele Dinge, die einfach, also die Veränderung halt erwirken oder die bringen, die schaffen wir nicht in unserer Generation, sondern das machen wir, indem wir eine Folgegeneration herstellen, sag ich mal so ganz unlebendig, indem wir eine Folgegeneration herstellen und diese dann auf einem besseren Stand ist dann eben. Und naja, hier in Deutschland gibt es einfach auch demnächst keine Folgegeneration mehr, zumindest nicht in dem Maße, in dem, wie soll man sagen, also sich hier in Deutschland, ich will nicht sagen, Deutschland ist ja im Grunde ein gesamtkulturelles Problem, also des gesamten Westens, der ist halt quasi kulturell weg vom Fenster. Also er wird ersetzt durch was auch immer, also weiß man halt nicht, aber die Leute machen eben einfach nicht mit, also immer weniger und weniger, sagen wir einfach mal so. Und das, was ich mir ausgewählt habe, ist eben etwas in der gleichen Richtung. Das heißt nicht, also ich meine, ich bin offen für Familie, aber ich habe eben gesagt, okay, was kann ich hier beitragen, damit ich im Grunde Teil der Zukunft sein kann? Und deswegen habe ich eben gesagt, na gut, es gibt eben dieses Projekt, diese Frage, wie kann man ein gutes Leben in der Moderne führen? Und dann mache ich das eben so 40 Jahre lang und forsche eben daran rum und dann habe ich eben so meine Teilhabe. Das ist so ein bisschen so auch die Entscheidung, wenn man, sagen wir mal, Priester wird oder geistlicher und sich dann im Grunde gegen Kinder entscheidet einerseits, aber dann dafür halt am Leben aller eben mitwirkt. Kann man machen und für die meisten Leute ist es aber die beste Option, dann schlicht und ergreifend einfach eine Familie zu gründen. Auch psychisch ist das viel, viel besser. Das ist ein ganz neues Phänomen, also dass eben so viele Leute über Einsamkeit klagen und der Grund ist schlicht und ergreifend, naja, wenn man nach Hause kommt und die Bude ist leer oder es wartet allenfalls irgendwie ein Hund dann auf einen, dann ist man wirklich alleine. Also das heißt es, alleine zu sein. Und in der Hunderziehung gibt es zum Beispiel deswegen auch einen wichtigen Aspekt, indem man dem Hund beibringt, alleine zu sein. Und das bedeutet, dass man ihn langsam auch daran gewöhnt. Also man verlässt das Haus zum Beispiel erstmal nur für eine Minute und das macht man dann jeden Tag 30 Mal oder so und dann steigert man das eben und bis man irgendwann den Hund bequem ein paar Stunden einfach zu Hause alleine lassen kann. Warum? Weil für Hunde als soziale Wesen nicht, also getrennt von ihrem Rudel zu sein, einfach mit das Schlimmste ist, was es gibt. Also der größte soziale Schmerz. Und das ist im Grunde der Dauerschmerz, den Leute haben, die eben keine eigene Familie haben. Und deswegen, ich wohne mit meinem besten Freund zusammen, der Hund, mal gucken, was das mit uns wird, wir raufen uns gerade eben zusammen. Und das ist im Grunde, wie soll man sagen, also es ist gut, also ich habe mich auch so entschieden, aber man kann nicht anders sagen. Also es ist ein seltsames Gefühl, nach Hause zu kommen und dann ist auch niemand da. Und die meisten Leute leben ja dann auch einfach alleine. Also wenn sie einfach berufstätig sind, dann wohnt man dann einfach alleine. Also das ist halt so der gewöhnliche Weg. Und dann erlebt man im Grunde dieses Unwohlsein, diesen sozialen Schmerz, echte Einsamkeit. Und dann erzählen manche Leute, ja, ich bin irgendwie zufrieden damit, alleine zu sein und pipapo, ist alles Bock, Mist. Davon gibt es sehr, 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 sehr wenige. Also, was sind denn die Dinge, die eben ein Gegengewicht zu diesem modernen Unbehagen dann eben schaffen? In dem Sinne würde ich erstmal mit einfachen Dingen anfangen. Also, wenn du jedes Mal den Job wechselst und so ganz viele verschiedene Sachen wechselst, dann würde ich damit in dem Sinne aufhören, als dass ich dann einfach sagen würde, okay, es geht nicht darum, wofür du dich interessierst. Da gibt es eine hervorragende Grafik, die ich jetzt natürlich technisch noch nicht einbinden kann. Keine Sorge, es kommt noch, dass ich das irgendwann schaffe. Vom Ikigai. Das ist im Grunde, also das japanische Wort für Sinn, kann man so sagen, ist ein bisschen falsch, aber wir sagen es ja erstmal so. Und da gibt es eine Überschneidung von verschiedenen Dingen. Nämlich, es gibt vier Dinge. Das, was ich liebe, das, was andere brauchen, das, was Geld bringt und das, was ich gut kann. Und das Ikigai ist in dem Sinne zu finden genau in der Mitte. Das ist ein bisschen dumm, also das ist halt typisch verwestlicht, einfach dieses Modell, weil das Ikigai dann eben so den Anspruch hat, alles zu erfüllen. Das ist halt Quatsch. Also, das Leben muss im Grunde aus diesen Komponenten eben, oder muss diese Komponenten erfüllen. Aber das heißt nicht, dass man zu jeder Zeit alle Komponenten erfüllt. Es kann auch sein, dass man morgens einfach mal was macht, was halt Kohle bringt und abends macht man einfach das, was anderen Leuten hilft, sagen wir einfach mal so. Und das Ziel ist es natürlich, alles möglichst beieinander zu bringen. Und das wäre dann mein Vorschlag. Also, such dir eine Arbeit nicht, oder such dir die Dinge aus, also so wie du es beschrieben hast, nicht einfach nach deinem spontanen Interesse, weil das Interesse hält dich nicht, also das hält dich offenbar nicht, sondern etwas, wofür dich Leute bewundern und wofür die Leute danken. Also, das ist zum Beispiel der, sagen wir mal das, was meine Arbeit auch für mich halt ganz stark auszeichnet. Ich habe halt eben auch mit Menschen zu tun, viel mit Menschen zu tun, ob ich jetzt etwas veröffentliche im Internet oder ob ich dann einfach mein Training dann eben gebe oder als Trainer dann eben arbeite. Und regelmäßig bedanken sich Leute bei mir in mehr, also manchmal intensiver und manchmal weniger intensiv. Und das ist eben auch etwas, was wirksam ist. Also, ich bin ja Captain Disagreeable. Es gibt ja nur eine, von 100 Leuten gibt es nur durchschnittlich eine Person, die weniger agreeable ist als ich, also weniger höflich, mitfühlend und so weiter. Also, von der Anlage her sage ich einfach mal. Und auch bei Menschen, also bei einer Person wie mir, ist es unheimlich wirksam. Also, haben wir zwei Punkte. Erstens, also es fängt an mit Demut. Deswegen ist das auch im Christentum zum Beispiel so organisiert, dass man anfängt erstmal zu sagen, okay, ich unterwerfe mich Gott. Also, es gibt halt diesen Gotttypen und der hat schon eine Ahnung, wie das irgendwie läuft und dann vertraue ich dem erstmal. Das ist im Grunde ein Akt der Demut. Und deswegen ist es so ein wichtiges Konzept eben im Christentum, aber auch im Buddhismus und anderen Religionen, ist es auch, also ganz, ganz zentraler Bestandteil einfach. Und das gibt auch in dem Sinne viel Ruhe, sage ich einfach mal. Und jetzt kommt wieder der Vergleich mit der Hundeerziehung. Und das, was man mit der Hundeerziehung am Anfang macht, ist im Grunde dem Hund Stück für Stück die Verantwortung für Entscheidungen zu nehmen. Das fängt an, also es gibt halt zum Beispiel so eine Übung, da hält man die Leine einfach auf 5 Meter fest und sobald der Hund an einem vorbeigeht, dreht man sich unmittelbar um und geht in die andere Richtung. Und der Hund läuft oft einfach in die Leine und irgendwann beginnt er halt, sich schnell genug umzudrehen und irgendwann bleibt er einfach bei einem. Warum? Weil man in dem Sinne dem Hund die Verantwortung genommen hat, darüber zu bestimmen, wo es lang geht. Und dann guckt er einfach nach einem selbst und dann guckt er eben nach einem, anstatt die Umwelt abzuscannen, nach Reizen, die ihm eben sagen, wo er hingeht. Also er orientiert sich quasi nach innen, zum Rudel dann eben hin. Und je mehr der Hund Verantwortung eben abgibt, desto, also als Rudelführer, sage ich einfach mal, gilt es dann eben gerecht, die Ressourcen zu verwalten. Also da geht es nicht darum, den Hund halt irgendwie klein zu machen oder so, sondern da geht es darum, quasi gerecht zu sagen, pass mal auf, es gibt halt diese Regeln, du kannst dich innerhalb dieser Regeln dann eben frei entfalten, aber diese Regeln musst du eben einhalten. Und ich treffe dir eben die Entscheidung, welche Regeln dann eben getroffen sind. Und die muss man natürlich auch am Hund, sagen wir mal, orientieren. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, du kannst nur irgendwie auf einem Regal leben. Das ist irgendwie Quatsch. Aber wenn das im Einklang mit den Instinkten des Hundes ist, dann wird der Hund unheimlich schnell ruhig. Also je mehr ich von diesen Übungen zum Beispiel mache, desto überproportional ruhiger wird dann auch einfach der Hund. Und in der ersten Folge, also das war im Grunde das erste, also da war am Anfang einfach hier, war das in der ersten Folge? Entschuldigung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall relativ am Anfang. Da war im Grunde der Livestream auch so ganz verkackt, weil der Hund natürlich dauernd gestört hat, weil er einfach so unruhig war. Und das erlebt ihr jetzt immer weniger und weniger. Einfach, weil der Hund jetzt einfach mehr und mehr Verantwortung einfach abgibt. Auch in dem Sinne, sich nicht unbedingt unterordnet, in dem Sinne, dass er sich unterwirft, aber eher so einordnet, eben ins Rudel, seinen Platz kennt und dann auch in dem Sinne ganz viel Ruhe dadurch gewinnt, weil er einfach Entscheidungen nicht mehr treffen muss. Und bei uns Menschen ist es dann eben mit der Demut das Gleiche. Es gibt Dinge, die machen total Sinn. Also sich gesund zu ernähren, regelmäßig zu fasten, innerhalb der eigenen Fastenfähigkeit, Bewegung oder ein bestimmtes Bewegungsprogramm dann eben zu verfolgen oder Bewegungspraktik und solche Sachen. Und deswegen habe ich auch angefangen mit dem Lebenswandel, weil das ist im Grunde eine Art Bottom-up-Approach. Weil man kann sich viel über die ganzen abstrakten Dinge unterhalten, also ob jetzt, wie wichtig Altruismus ist, wie viel man um sich selber kümmern soll, was Mut ist und Tugenden und tralala und dann irgendwann in die Abstrakten, ja Gott, na, ja nein, vielleicht auch lieber Buddhismus und solche Sachen. Das kann man alles machen, aber am Anfang sollte man mit dem einfachen Ding anfangen. Zum Beispiel einfach mal morgens zu meditieren oder mal einen Spaziergang zu machen, regelmäßig, oder seine Ernährung gut zu gestalten oder einfach nicht mehr nur Antibiotika-mariniertes Schweinefleisch aus dem Aldi eben kaufen, sondern ab und zu mal auch ein Stück Bio-Schwein oder sowas in der Art dann eben. Also so, dass man sich allmählich in eine Richtung entwickelt, von der man sowieso weiß, dass es die richtige ist. Und häufig ist es eben so, dass wenn man die Schritte Stück für Stück geht, dass sich viele Fragen einfach erledigen und man rutscht einfach wie von selbst in einen Zustand, in dem man einfach sagt, okay, es gibt halt anscheinend eine Weise des Lebens, die gut ist und ich bin auf der Suche danach. Ich bin nicht der Bestimmer. Also ich bin nicht derjenige, der halt laufen einfach so sagt, so und so ist es. Und natürlich werden Leute dann eben jetzt einige vielleicht von euch aufschreien und sagen, ah, aber was ist mit dem Übermenschen und so. Das ist damit hundertprozentig vereinbar. Also Demut. Zweitens such dir etwas, was nicht primär aus deinem eigenen Interesse eben erwächst, sondern eben aus mehr Motiven, mindestens mehr Motiven. Und das sind die beiden Dinge, mit denen würde ich anfangen. Gut, ihr habt das erste Mal erlebt, dass ich hier was geschnitten habe. Also eigentlich habe ich nur zwei verschiedene Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, ich werde mich technisch verbessern und wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Ich werde mich nicht mehr damit어요. Wir campen Plus mit dem Motiven